So, Kämpfchen. Und noch mal einen Kaffee. Fühlt doch, oder? Ja. Hey, boys and girls. Und natürlich, die Drum-Rekordung sind endlich fertig und ich weiß, es ist jetzt vorbei. Fire! Yay! Es ist endlich vorbei. Wir haben es geschafft. Wir werden es niemals zurückgehen. Freitag ist für Putzscher. Und Freitag ist für Soccer. Wir haben es geschafft.